hallo ihr lieben und viele grüße heute geht es ums bogenschießen wenn ihr bock drauf habt bleibt dran heute bin ich in der stadt filzegg unterwegs und zwar filzegg ist vielleicht bekannt für eine riesengroße us military army base oder us army military base hier gibt es ganz ganz viel militär und das ist aber nicht der grund warum ich hier bin denn ich bin auf der suche oder auf dem weg zum alois hof her das ist ein ja es ist ein bogenschießlehrer oder jedenfalls ist jemand der sich mit dem bogensport gut auskennt und er gibt mir heute unterricht im bogenschießen ja ich bin jetzt hier hinter mir ist ein erarbeitet hier in dem geschäft für jagdausrüstung angelausrüstung und bogenschießsport und da bin ich ja mal gespannt ihn werde ich jetzt treffen und dann hoffe ich doch dass er mir die grundlagen beibringt im traditionellen bogenschießen also mein schicker laden ich habe das schon im internet gesehen ihr habt ihr jagd und alles an ausrüstung also wir haben keine schussfahrt von munition ja auch so mit leidung ausrüstung bögen ich sehe es schon das thema des heutigen tages zu seit 42 jahren bogenschießen bin momentan noch präsident der traditionellen jagdfugenschutz in deutschland war ja 17 jahre offiziell und vorher schon inoffiziell der leiter der ausbildung beim deutschen bogenjagdverband habe also ja die älteren die alle einen bogenjagdcheck gemacht haben fast alle ich ausgebildet bogenjagd ist ja gar nicht mehr erlaubt ist bei uns in deutschland in deutschland ja wir kämpfen halt seit über wir inzwischen seit fast 30 jahren für die legalisierung der bogenjagd ja ja ist so ein ewigkeitsthema ja dann schauen wir mal die schießanlage ja da habt ihr eine richtige indos schießanlage das ist ja cool momentan so halbbaustelle aber kein problem das ist mein büro da können wir ich bin bis jetzt eher so mit 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 armbrust unterwegs habe ja gerade erst eine neue wieder bestellt die erst ende oktober lieferbar ist eine repetier armbrust also mit magazin acht bolzen und und schulterstütze und so was da ist dass man auch mal schnell schoße trainieren kann das ist auch macht ja auch spaß muss man gucken wo man das machen kann in deutschland ist alles schwierig und kompliziert und rechtlich gesehen ja genau am bogen ich bin ja beim elsa bauern jetzt schon zum 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 zweiten jahr zu gast und da habe ich gesehen letztes jahr schon die bogenschießanlage da draußen da dachte ich mir das hast du noch nie gemacht bogenschießen wäre schon mal spannend so beide augen offen ja das bedeutet das loch den lichtschalter anvisieren und dann die arme langsam zum kopf zurückführen ja die lichtschalter anvisieren ja durch das loch und dann die arme zurück zum kopf führen also ok sehe ich ja das ist so eindeutig rechts rechts da geht es wohl nicht ach so weil du kommst automatisch im führenden auge an ok da sind 38 jahren menschen im bogenschießen ausbilden ja ich habe nicht mitgezählt aber ich habe es mindestens 2000 worten beigebracht das sind so große schätzungen ok ich habe hier meine berühmte rote linie ja beide beine stehen auf der roten linie ok was man machen kann ist man kann den linken fuß etwas nach vorne setzen und das knie etwas beugen ja das ist aber so persönliches also ich persönlich mag es wenn mein körpergewicht nach vorne liegt weil man ja ohne visier schießen und du musst dir so vorstellen der schlaue steinseid mensch der bogenschießen erfunden hatte der hat mit sicherheit keine ahnung vom zielen gehabt ja das kann man ja der konnte steine und sperre schmeißen und im grund genommen hat der bogenschießen so gemacht als würde er einen stein schmeißen ok also eine nach vorne gewandte bewege und keine rückwärts gewandte bewege glasibel ja ich schieße drei finger drunter ich bin auch der meinung dass es einfacher zu lernen wer ein finger drüber schießen will soll damit glücklich werden ich habe das fast 30 jahre getan musste dann aufgrund eines unfalls meinen schießtel umstellen ok ja mit dem ersten glied einen ganz leichten hafen daumen und kleiner kleiner finger sagen hallo das gibt mir eine geschlossene hand dieser schießtel mit daumen hoch siehst automatisch wenn ich den daumen hoch mache ziehen sich die finger auseinander ok das sieht gut in hollywoodfilmen aus weil dann kann ich das wunderschöne gesicht von kevin kosten gut sehen aber im praktischen ist es wesentlich besser wenn ich den daumen nach unten nehme weil beim zurückziehen kann der daumen hier am gesicht vorbeigleiten und ich kann den hier hinter dem wangenknochen richtig einrasten so dass ich eine doppelte kontrolle über mein ankerpunkt habe ja ich habe vorne mein mittelfinger im mundwinkel und habe dann hinten meinen daumen der am wangenknochen einrastet bei mir ist es eigentlich so der daumen ist eigentlich bei mir kein der zeigefinger ist bei mir kein bestandteil des ankerns der mittelfinger sondern das ist mein auslöser wenn der mittelfinger den mundwinkel erreicht entspannt sich die hand und ich ziehe weiter also wir konzentrieren sich auf irgendwas ziehen zurück kommen hier hinten rein und tun lösen der erste schießt des Tages noch nicht so gut also ich stehe hier auf der linie das habe ich mir gemerkt die schulter zeigt zum ziel die schließe schulter zeigt da hin wo ich hinschießen will ja du nimmst den bogen am bogengriff auf die bogenschlinge verzichten so ok so dann wird der pfeil hier zwischen diese zwei nokpunkte eingenockt und auf der auflage auf der pfeilauflage abgelegt ja dann setzt einmal drei finger an die seine so das war mit also daumen und also so du kannst du einen drüber setzen kannst du auch drei drunter setzen ich bin der meinung drei drunter ist leichter zu lernen drei drunter wieso oder weil ich dann keinen druck auf den pfeil machen kann direkt unter dem pfeil mit dem ersten glied einen ganz leichten haken so jetzt passiert da unten gar nichts beides kommt synchron hoch der arm wird nicht durchgestreckt also der ist so fast vor dem durchgestreckt ja der bogen wird leicht zur seite gekippt jetzt kommt der ellenbogen hoch und jetzt wird mit der kraft der schulter hier hin zum mundwinkel gezogen ok und die sehne kann ja nicht gegen den unterarm schlagen wenn du den Arm gewinkelt lässt nicht also schon so ja ok also wie weit ungefähr zurück bis zum mundwinkel mittelfinger muss in den mundwinkel einmal hier rein ja beide haben offen es ist kein gewehr wird auch kein und jetzt lösen ja schön ja nicht da unten ziehen beides geht synchron hoch bogenarm und zugarm gehen hoch ok also beides synchron hoch auf augen höher ja dann kommt der bogenarm nach vorne und jetzt geht die zugarm zurück 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 bis der mittelfinger den mundwinkel erreicht und dann lösen schön ok man spürt es auch an der wo ich früher angefangen habe Gitarre spielen zu lernen und dann hat man auch die Sehne die dann ja ein Fingerschutz kriegt ja auch einfach niemand jeder soll nicht spülen ja ja das ist wie am Anfang mit der Gitarre genau das gleiche immer noch den Finger rund ja ok also das geht zur gleichen Zeit ja also mit den Fingern ist so so ist genau sieht gut aus sieht gut aus ja und lösen schön das ist eine Linie mit meinem Auge ja wenn ich die Hand hier hinsetze was passiert ja das geht dann daneben ja und ich mache das so einfach wie möglich und ich habe in den vielen 38 Jahre mal seit dem Bogenschießunterricht ich hatte ich einen Schüler wo das nicht der Fall war dass der Mundwinkel und der Augapfel nicht eine Linie war ok also da kann man davon ausgehen das funktioniert bei 99,9% aller Menschen dass ich also hier reinkomme und ich bin in einer Linie mit ok also ich muss mir den Kopf automatisch ein Stück Sprech halten damit das dann wenn man gerade guckt ist wahrscheinlich so äh normalerweise aber da reden wir noch später drüber jetzt machen wir noch ein paar Schuss so Führungsfeder das ist die mit der anderen Farbe kommt immer nach außen ach so das heißt die Pfeile haben alle ein einer Federn die nachgefahren alle meine Pfeile haben alle drei gleiche Federn aber die die man halt so macht haben immer eine andere Fälle hat das einen speziellen Grund oder hier kann der Pfeil am Bogen vorbeistreifen ja wenn ich den Pfeil jetzt umdrehe kann es sein dass dieser Pfeil Kontakt bekommt und so leicht abhebt das macht jetzt auf diese drei Meter nichts aber auf 20 Meter kann das schon so viel sein also man muss auf alle Fälle achten wie man den Pfeil einnimmt ja ah ok gut ok gut ich nehme den kleinen Finger nur ruhig mit die kleinen Finger und Daumen haben Kontakt da schließe ich mir die Hand ja es geht schon noch ein Stück das geht noch ein kleines Stück noch ein kleines Stück ja beide haben offen es ist kein Gewehr es wird keins lösen macht doch Gewohnheit ja ja immer den gleichen Punkt zucken das ist wichtig immer den gleichen Punkt zucken dann kann der Bogen nur gleich schießen mit den Zielen tue ich mich noch schwer du sollst ja auch gar nicht zielen achso ok du sollst nicht zielen du sollst dich auf den weißen Punkt konzentrieren und sollst dich viel viel mehr auf deinen Schussablauf konzentrieren ok das klingt los ja 98% unserer Handlungen überlassen wir dem Unterbewusstsein ja sitzt beim Autofahren deine Frau neben dir und sagt lieber René tu doch mal das Lenkrad 32,36 Grad nach rechts einschlagen damit wir um diese Kurve kommen ja das magst du und beim Bogenschießen soll es genauso sein dieser Konzentrationsvorgang ja den mache ich bewusst aber am Anfang ist viel viel besser ich konzentriere mich hundertprozentig auf meinen Schießstiel dass der Finger immer am gleichen Punkt ankommt dass der Arm immer in der gleichen Stellung steht halt dann ist unser Unterbewusstsein ganz schnell in der Lage ein Programm zu schreiben das sagt ok wir nehmen jetzt die Hand zwei Zentimeter nach unten und drei Zentimeter mehr nach rechts dann schießen wir in die Mitte und das klappt glaub mir das ja krass nein 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 nichts nicht mit den Armen ziehen der Boden wird mit der Kraft der Schultern gezogen ja wunderbar und immer schön gleichmäßig ankern und lösen ja auf wundersame Weise fangen wir an in die Mitte zu schießen auf wundersame Weise ja ja der war absolut mit das ist das einzige was ich dir beibringen kann in die Mitte schießen ja drüber und drunter ist Training bin ich ja zuständig dafür ja das kann ja praktisch sein das ist wie mit allem ja wunderbar schön da können wir schon sehr zufrieden damit sein so jetzt machen wir mal eine kleine Schussanalyse Schussanalyse ja ja der hier war ganz furchtbar schlecht gelöst weil er steckt nicht gerade in der Scheibe da haben wir die Hand aus dem Gesicht gerupft und dann die Finger geöffnet und nicht die Hand entspannt ok der da ist eindeutig der Beste und der ist auch noch ziemlich gut das war auch so ein Lösefehlerchen das ist das Schöne wenn man immer Bogenschießen lernt an den Pfeilen kann man ablesen was der Übeltäter getan hat beim Gewehr ist immer bloß ein Loch in der Scheibe verdammt die Kacke ja ja er sitzt so gerade auf der Sehne mein Ellenbogen bewegt sich in einer geraden Linie ha ja so jetzt passiert folgendes jetzt nehme ich den Ellenbogen mal zu weit nach oben ja was passiert mit meiner Zukant jetzt sitzt so auf der Sehne und beim zurückziehen werde ich die Sehne so verdrehen da habe ich ja eine Drehkraft aufgebildet also das habe ich schon viel viel extremer gesehen wie so jetzt ist der Ellenbogen zu tief dann kommt genau der Effekt umgekehrt dann ziehe ich praktisch nur noch mehr mit dem Zeigefinger und die anderen zwei Finger liegen an der Sehne an ich sollte aber die Kräfte gleichmäßig verteilen also ganz gleichmäßig geht nicht weil die Finger unterschiedlich sind aber 30, 40, 30 ist eigentlich so das Idealziel haben sie gemessen das Ziel ist immer das gleiche wenn ich das noch ein kleineres Ziel habe ich könnte es noch klein machen kein Problem ich denke die Größe die passt erstmal ja die passt vollständig also das ist immer abhängig Körpergröße, Bogenzuggewicht, Abstand, Mundwinkel, Auge und so das erste Mal dass das Auge die ballistische Kurve des Pfeils schneidet ist bei ca. 8 bis 14 Meter ok dann schieße ich eigentlich dahin wo ich hinschaue das war hinten die rote Linie wozu erstes nein das war 3 Meter da muss ich schon deutlich tiefer halten das waren 3 Meter jetzt waren wir auf 6 Meter jetzt waren wir auf 6 Meter ok jetzt ist praktisch um so zielen zu können muss ich diese Linie umdrehen also muss ich praktisch den Pfeil auf 6 Meter wenn jetzt 6 Meter hier sind da hin halten damit er da hin fliegt ja das habe ich gerade gemerkt das war an dem anderen Punkt wo wir zuerst geschossen haben da konnte ich also annähernd wo man hingeguckt hat ging das auch hin aber jetzt nicht da muss ich tiefer gehen und dann gibt es halt immer noch diesen sogenannten Totenpunkt das ist der Punkt wo ich genau wo der Pfeil genau da hin fliegt wenn ich ihn da hin halte der ist extrem variabel der hat mit so vielen Variablen zu tun der liegt im Schnitt irgendwo zwischen 28 und 65 Meter aufhängt aufhängt zu hoch ok Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Da muss ich noch ein Stück üben für so ein Trefferbild. Wenn oben der Bewegungsablauf stimmt, dann ist das eigentlich ziemlich gleich, was unten passiert. Das war, ich muss mal sagen, das Cola-Deckel. Das war doch drin im Cola-Deckel. Das ist, was ich so angehört. Wir haben ja hier so Verstellmöglichkeiten. Wir drehen mal die Hand so, wie wenn du die Bogen schießen wolltest. Schauen wir mal. Ja, da kann ich sagen, da kommen wir hin damit. Dieser Knubbel kommt genau da drunter. Da drunter, dass du den festen Anker auskommst. Vorsicht, geh am Anfang total leicht, dann geht es total schwer. Und hinten ist wieder total leicht. Ja, das ist ein bisschen beim Zurückziehen gewöhnungsbedürftig. Hand bitte durch die Bogenschlinge. Und du hast auch unten die Wasserwaage. Schau ruhig auf die Wasserwaage, dass der Bogen auch hundertprozentig gerade steht. Da wiegt schon ein bisschen was. Ja, ja. Wo ist denn die Wasserwaage? Da. Ah, da vorn? Ja. Ah, da muss gerade. Also der nicht schräg, sondern der bleibt in der Waage gerade. Du musst ja das Visier nutzen können. Ja, ja, so richtig. Visier, der obere grüne. Ja. Boah, das ist ja was. Wie nennt sich das genau dieser Bogen? Ein Compound-Bogen. Compound? Compound, ja. Compound. Das ist jetzt ein Sand-Release, das man schließen muss. Das muss ja bewusst nach vorne bewegen. Der Seil. Ja, komm. Mal klicken machen. So, jetzt ist der Abzug zu. So, und ich tu ihn nachher auslösen? Ja. Jetzt lasst du mal einen Daumen drauf. Ja. Einen Zeigefinger drauf. Jetzt lasst du mal anziehen. Schulterseig zum Ziel. Vorsicht, den Ellenbogen auf keinen Fall haupt machen, dass du furchtbar auch. Wie denn? So wie jetzt also? Ja, tu ihn mal anziehen. Uah. Nein, nein. Geh, das geht schon noch. Uah. Uah. So, und jetzt wieder bei. Wenn ich jetzt ins Loch komme. So, und jetzt bitte den Ellenbogen nicht rein drehen. Das tut furchtbar weh. Und hier muss ich auch so. Ja. Und Loch komme. Nase auf die Sehne. So. Damit du ein Visierbild hast. Ja. Wenn du drin bist, lass den Abzug ziehen. Schön. Es ging ja doch schnell los, als ich, als ich, ja. Noch mal rein. Ja. Aber das ist ein anderes Schießen. Schöne Sache. Ja, schießt dich im Wesentlichen wie ein Gewehr. Ja. Und. Hat auch eine ähnliche Präzision wie ein Gewehr. Ich meine, du siehst wie nahe, jetzt den zwei Pfeil miteinander sind. Ah. Für dies, da ist er das erste Mal geschossen. Oh, das ist sauer. Für euch am Bildschirm, ne. Ja. Hier ist es ein bisschen anders. Hier ist wirklich eine Zieleinrichtung dran. Ohne hinten eine Lochkimme. Die dann. Und dann hast du eine Zieleinrichtung wie bei einer Schusswaffe. Das ist schon ganz anders als bei einem Standardbogen. Ja. Schön. Ich denke, das waren doch schon mal gute Erkenntnisse für mich heute. Da kann ich doch schon mal dann dieser Tage in Pruppach aufs Parcours gehen. Wen du meinst? Ich denke schon. Und das, ich denke die Praxis. Das wird eh erstmal drunter, drüber. Da wird erstmal gar nichts passen. 100 pro. Aber das ist ja dann auch wieder ein ganz anderer Schusswaffe als hier. wenn da Entfernungen wieder sind. Und draußen im Freien. Und dann die. Also das ist, ich denke, ja. 3D schießen. Mhm. Da, da. Ja, 3D. Was das heißt. Was 3D heißt. Drunter, drüber, daneben. In dieser Reihenfolge wird es wahrscheinlich bei mir auch funktionieren. Erst drunter, dann drüber. Dann nochmal daneben. Das ist übrigens der Abzug. Und warum kommst du da durch her? Ja. Gut, eigentlich schon bleibst du hier. Ja, bleibst du hier. Ja, der bleibt. Der mag. Ich habe kaum einen Widerstand auf der Singe. So ist das so. Weil ich will, dass mein Pfeil absolut schnell rausgeht. Ja. Da habe ich also einen ganz geringen Nockwiderstand. Der sitzt ganz, ganz wenig. Also das kann passieren, dass beim Ziehen der jetzt abfällt schon, oder? Ja, dann schreie ich schon ganz laut. Oh, der geht aber drüber straffer. Ja. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Ich denke, oh, da weiß ich noch nicht, ob es 4 Schuss wert ist. Uiuiui. Okay. Ohoho. Man spürt es an der Hand. Mhm. Vor allem, dass die da jetzt schon gereizt ist. Ja, ich gebe den Winkerschutz. Aber das Treffergebnis. Man kann sich doch sehen lassen. Ja, halt. Das ist wild. Weißt schon. Den spannen wir jetzt. Jetzt haben wir hier was ganz Spezielles. Nichts ganz Spezielles. Wir haben früher viele Menschen geschossen. Zwischenglauben, dass alle Menschen Bogenschießen muss leicht gehen. Das geht nicht leicht. Der ist aber echt lang. Ja, wo habe ich jetzt die lange Spannstelle hin? Ja, die liegt da auf dem Boden. Und dies ist jetzt von der Konstruktion her kein gerader amerikanischer Langbogen mehr, sondern dies ist schon ein sogenannter Reflex-Deflexerbogen. Ja. Und der ist von dem berühmten amerikanischen Bogenbauer Dick Robertson, den ich persönlich kenne. Inzwischen macht ja der Altmeister nichts mehr, das machen alles die Söhne. Aber der ist noch vom Papa selber. Und ich habe auch einen Bogen, den der Papa selber Jange-Laure geschossen hat. Den hat er mir als Freundschaftsgeschenk gegeben. Den habe ich aber nicht da, der ist im Schatzkämmerlein verschlossen. Ein Drittel höher als die Carbon-Fallion. Nur damit sie es im Verhältnis sich zur Beschleunigung. Das ist sauschwer. Da gehe ich jetzt direkt mal nach vorne. Von welcher Entfernung war das jetzt? Zehn Meter. Zehn Meter. Wie viel Zugewicht? 57 Pfund. 57 Pfund. Und doch, ja. Also kann man nicht meckern. Ja. Dafür, dass ich den Bogen auch nicht mehr geschossen habe. Da schicke ich einen Laden habe doch hier. Muss ich ehrlich sagen. So. Ja, wo ich dann ein kleines bisschen gautisch habe. Ja. Genau. Und die will noch mal aus. Weißt schon. Aber im Prinzip, also an traditionellen Böden. So die Steintattüten habe ich alle gebraucht. Ja. So, war eine wunderbare Zeit gewesen jetzt hier mit Bogenschießen. Morgen geht es raus aufs 3D-Parcours und dann werdet ihr sehen, ob das, was ich heute gelernt habe, was der Alois mir beigebracht hat, ob das Früchte trägt oder ob die Zeit vergebens gewesen ist. Aber das seht ihr alles morgen. Aber du bist zuversichtlich, oder? Ja. Also, wenn ihr mal hier in der Nähe seid und habt Bock auf Bogenschießen, empfehle ich euch, geht hier am Jagd- und Angelshop. Wie heißt euer Laden? Wildjäger. Wildjäger. Da steht es an der Wand. Wildjäger. Da trefft ihr den Alois, der gibt euch Unterricht, der zeigt euch Bogen. Bogen könnt ihr auch gleich hier erwerben und alles, was man noch für die Jagd braucht. Aber denkt dran, in Deutschland nicht mit dem Bogen auf Jagd gehen. Ah, ah, ah. Also, macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Vielen Dank.